Hallo und herzlich willkommen bei der Mediafom-Unternehmensgruppe, ihr führende Anbieter für Erfassungs- und Kennzeichnungslösungen mit begleitendem Datenmanagement. Was uns auszeichnet, immer eine Lösung für Ihre Kennzeichnung. In diesem Video erläutern wir unser Mediafom-Starter-Set für eBay Fulfillment und gehen dazu auch auf die Vorteile von eBay Fulfillment bei Orange Connex ein. Dazu klären wir die folgenden Fragen und Punkte. Warum eBay Fulfillment bei Orange Connex? Für wen ist das Mediafom-Starter-Set eBay Fulfillment gedacht? Welche Notwendigkeiten einer sicheren Etikettierung bestehen? Bestandteile und Vorteile des Mediafom-Starter-Set für eBay Fulfillment? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Unboxing, Aufbau und Ausdruck der Etiketten und ergänzende Produkte. Für Sie als Hersteller oder Händler wird es in Zukunft immer schwerer, im reinen stationären Handel zu bestehen. Nachteile wie weniger Laufkundschaft und hohe Mieten tragen dazu bei, dass immer mehr Unternehmen ihre Produkte online verteilen. Neben einem eigenen Online-Shop bietet sich natürlich auch eine der größten Verkaufsplattformen eBay als Vertriebsplattform an. Optimieren kann man seine dortigen Verkaufserfolge durch die Nutzung des eBay Fulfillment-Programmes. Immer mehr Unternehmen nutzen diese Option, um bequemen Lagerung und Versand der eigenen Produkte durch eBay und dessen Fulfillment-Partner Orange Connex erledigen zu lassen. Sie nehmen also Ihre ganzen produzierten oder gehandelten Artikel und lagern diese nicht mehr bei Ihnen und versenden diese dann auch noch, teilweise sehr zeitaufwendig, an Ihren Kunden, sondern nehmen eine ganze Charge und schicken diese gesamte Menge an ein Fulfillment-Lager von eBay. Von dort aus werden dann Ihre einzelnen Bestellungen kommissioniert, verpackt und versendet. Also der gesamte Logistik-Prozess wird für Sie erledigt. Wenn Sie diesen Service von eBay nutzen, erhöhen Sie dadurch die Sichtbarkeit Ihrer Produkte in der eBay-Suche. Ihre Angebote werden dadurch für Käufer deutlich attraktiver und Ihr Verkaufspotenzial vergrößert sich. Das Fulfillment-Programm fertigt dabei aber nicht nur aus eBay-generierte Bestellungen über Drittanbietertools wie JTL-Wawi, Afterbuy, Dream Robots und Plenty Markets ab, sondern auch per einfachen Online-Portal aus vielen anderen Kanälen. Damit kann eBays Fulfillment-Programm von Ihnen auch für Ihren eigenen Online-Shop oder für andere Online-Marktplätze genutzt werden. Damit eröffnen sich Ihnen sehr viele neue Möglichkeiten, Ihre Produkte einem breiten Publikum anbieten und schnell und einfach liefern zu können. Jeder Artikel, den Sie an ein eBay-Logistikzentrum senden, benötigt einen scanfähigen Barcode auf einer auf der Verpackung angebrachten Etikett, bestehend aus einer SKU-Nummer, damit dieser im Logistikzentrum bearbeitet werden kann. Die SKU-Nummer ist eine von eBay und Orange Connex verwendete Kennung zur Identifizierung jedes einzelnen Artikels. SKU steht für Stock Keeping Unit und ist eine Lagerhaltungs- und Inventarnummer. Die vom Anbieter Orange Connex geforderte Nummer nennt sich OC-SKU-ID. Jede OC-SKU-ID, die verwendet wird, muss einzigartig sein und eindeutig einem bestimmten Artikel entsprechen. Gibt es beispielsweise in Ihrem Sortiment Artikel, die sich noch zusätzlich in Größe oder Farbe unterscheiden, benötigen Sie für jede dieser einzelnen Artikelvarianten eine gesonderte OC-SKU-ID. An der Außenseite jedes Artikels muss ein OC-SKU-Etikett angebracht sein, das leicht zugänglich ist, sicher und dauerhaft klebt, dessen Aufdruck nicht verwischt oder verblasst und so die OC-SKU-ID in einem scanfigen Barcode enthält. Denn wenn der Barcode nicht gescannt werden kann, verlangsamt dies den Empfangsprozess des Lagerbestandes im Logistikzentrum, sodass es länger dauert, bis Ihre Artikel für den Verkauf bereitstehen. Das Starter-Set von Mediaform eignet sich ideal für gewerbliche Verkäufer. Lassen Sie die Lagerung und den Versand Ihrer Waren durch eBay und dessen Fulfillment-Partner Orange Connex erledigen, hilft Ihnen das Set, die dazu benötigte Kennzeichnung selber zu drucken, schnell, eindeutig und sicher. Jedes unserer Sets beinhaltet je eine Rolle unserer Primarigo Opaq-Etiketten in den für eBay-Fulfillment-kompatiblen Etikettenformaten 60x20, 70x30 und 100x30 mm und je eine unserer Economigo Etiketten in dem Maß 100x100 mm. Zudem einen Big Salon SLP DX423 Etikettendrucker mit Netzwerkanschluss und wahlweise einem Honeywell Eclipse Handscanner. Mit den Primarigo Opaq-Etiketten drucken Sie gut haftende, langfristig lesbare OCSKU-Etiketten. Zudem sind Sie mit einer speziellen schwarzen Farbschicht für eine hohe Blickdichte versehen. Mit dieser funktioniert das Überkleben von Herstellerseitigen Kennzeichnungen wie Barcodes oder Texten optimal. Für einen sicheren Halt sind die selbstklebenden Etiketten mit einem Permanentkleber versehen. Die Economigo TD Etiketten eignen sich besonders für kurzlebige Anwendungen wie insbesondere für die OC-Verpackungsetiketten. Der stark permanent haftende Klebstoff sorgt auch auf schwer beklebbaren Oberflächen, Folien und auch auf Wellpappe für eine gute Haftung der Etiketten. Mit dem Etikettendrucker Big Salon SLP DX423 erwerben Sie einen hochwertigen Etikettendrucker mit Netzwerkanschluss, einer Druckauflösung von 300 dpi, speziell für Barcodes, sowie einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm pro Sekunde. Wir bieten Ihnen das Starter-Set wahlweise auch als Modellvariante mit einem zusätzlichen Honeywell Eclipse Handscanner. Mit diesem Handscanner können Sie die Scannbarkeit der gedruckten Etiketten regelmäßig testen und sich so vergewissern, dass diese auch im Wareneingang gescannt werden können. Die Vorteile des Mediaform-Starter-Sets eBay Fulfillment für Sie sind also eine eindeutige und sichere Kennzeichnung. So entstehen erst gar keine Verwechslungen oder Fehlbuchungen. Dadurch wird eine schnelle Warenvereinnahmung und Bereitstellung Ihrer Waren an Ihre Kunden sichergestellt. Sie benötigen jetzt nur noch einen Account im Orange Connex Fulfillment Portal. So können Sie die Bestellungen über verschiedene Verkaufskanäle wie den eigenen Webshop oder andere Online-Shopping-Plattformen über eBay Fulfillment abwickeln. Oder Sie verwenden eines der von eBay unterstützten Multi-Channel-Tools wie JTL-Wawi, Dream Robots oder Plenty Markets. Wenn Sie das Mediaform-Starter-Set eBay Fulfillment über unseren Online-Shop bestellen, wird Ihnen das Set in der Regel innerhalb von einem bis zwei Tagen per DHL zugestellt. Öffnen Sie den Karton und packen den Drucker aus. Entfernen Sie die Schutzfolie und stecken Sie das Netzteil auf der Rückseite des Druckers ein. Sie können den Drucker wahlweise per LAN-Kabel in Ihr Netzwerk anbinden oder über das unten in der Beschreibung verlinkte USB-Kabel an einen PC anschließen. Installieren Sie die Treiber von der mitgelieferten CD oder laden Sie diese von der Treiberseite des Druckerherstellers Bixolon herunter. Öffnen Sie den Drucker und legen eine der mitgelieferten Etikettenrollen für Ihren Anwendungsfall ein. Schließen Sie den Gehäusedeckel und schalten Sie das Gerät ein. Der Etikettensensor sucht nun den Etikettenanfang und wartet auf den ersten Druckauftrag. Nachdem Ihre Produkte erfolgreich registriert sind, können Sie das OC SKU Etikett im Bereich SKU Artikel SKU Label drucken, jederzeit ausdrucken. Gehen Sie dazu auf SKU und dann auf SKU Label drucken. Wählen Sie eine der drei vorgegebenen Etikettengrößen und die gewünschte Anzahl aus. Wählen Sie nun noch die entsprechenden SKUs aus und klicken auf Übermitteln. Klicken Sie dann auf Etikett drucken. Jedes Paket, das Sie an Orange Connect senden, muss mit einem scanfähigen OC-Verpackungsetikett versehen sein. Dieses Verpackungsetikett kann unter dem Punkt Inbound Order ausgedruckt werden, nachdem Sie einen Anlieferungsauftrag eingereicht haben. Wählen Sie auch hier die Etikettengröße 100 x 100 mm aus und klicken auf Drucken. Das Verpackungsetikett zeigt den Mitarbeitern im Wareneingang an, um welchen Auftrag es sich mit welcher Karton- und Produktanzahl handelt. Dies vereinfacht die Warenannahme bei Orange Connects enorm und minimiert das Risiko von Fehlbuchungen. Wenn Sie größere Mengen der OC-SKU-Etiketten hintereinander drucken, empfiehlt sich der Einsatz eines geeigneten Etikettenaufwicklers, wie beispielsweise dem elektrischen Godex T10 oder einem vergleichbaren Modell. Um die OC-SKU-Etiketten dann im Bedarfsfall leicht und schnell aufkleben zu können, empfiehlt sich der Einsatz eines geeigneten Etikettenspenders, wie beispielsweise dem handlichen Stick oder einem vergleichbaren Modell. Welchen Etikettenaufwickler und Etikettenspender wir zu unserem Mediaform Starter Set eBay Fulfillment empfehlen, haben wir auf der Produktseite in unserem Online-Shop und in der YouTube-Infobox verlinkt. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und um keine Neuigkeiten auf diesem Kanal zu verpassen, würden wir uns über Ihr Abo und Ihren Klick auf die Glocke sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.